Hallo und herzlich willkommen bei Voltus. Mein Name ist Andy Barsch. In der heutigen Folge der Smart Facts stelle ich dir den wohl preiswertesten KNX-Taster am Markt vor. Diesen Tastsensor haben wir gemeinsam mit Linge & Janke konstruiert, um auch einfache Anwendungen im Wohnbereich kostengünstig mit KNX realisieren zu können. Für wenig Geld erhältst du viel, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor, sowie vier Tasten, die ein tolles Tastgefühl vermitteln. Zusätzlich stehen vier Binäreingänge zur Verfügung, die zum Beispiel für Fensterkontakte genutzt werden können oder um den günstigen Satellitentaster anzuschließen. Somit kannst du acht Tasten mit nur einem Sensor realisieren. Die Wippen gibt es im 55er Maß in allen gängigen Farben. Somit passen sie zum Design von Merten, Berger, Gira und Jung. Hier nochmal die Vorteile für dich zusammengefasst. Du erhältst vier Tasten plus zusätzlich vier Binäreingänge. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und eine extrem flache Bauform. Mit dem Linge & Janke Tastsensor und seinen Satelliten erhältst du einen extrem preiswerten KNX Tastsensor, den du in jedem Raum gebrauchen und einsetzen kannst. Solltest du Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, kannst du uns gerne anrufen oder per E-Mail schreiben. Dutitelung und Anregungen Untertitelung des ZDF, 2020